Leute, da sind wir auch direkt wieder und machen gerade noch ein bisschen weiter. Der erste Gast ist schon doof. Ja, du kannst ruhig mitreden und dabei... Ey, jetzt schneid's, Anno! Wenn der mir doch gerade verschluckt ist! Geh da jetzt auf! Noch ein bisschen dahinter! Mach den zu! Oh man, das ist immer zuviel, dem ich ja scheiß schneid. Ich kann ja... Die alte Brücke-Party... Dein Spruch war einfach... Ich glaub, du Abonnenten nennst, ich freue mich über den Satz, wenn du willst. Mach doch das jeden Tag! Ich bin der zum Gehen verschluckt, halt. Ich könnte grad antreten. Aber kein Ereignis mehr. Ja, ich hab gar nichts mehr mehr, weil ich das nur animiert bin. Du kannst schon mal schreien, das interessiert mich auch. Du verwirrt mich grad, ey. Ich hab nichts mehr... Du wirst doch drüber, du wirst doch nicht, Du wirst doch nicht. So... Wie das Wichtigste... Du wirst doch nicht mit dem Wunsch Weiß nicht... Ja... Du wirst doch nicht mit dem Wunsch nicht mit dem Wunsch... Du wirst doch nicht mit dem Wunsch... So. Boah! Ja, hast schon Beulgen, oder? Hast schon Beulgen, oder? Ich hab immer noch einen Auge von SNS. Ah ja. So, weil ich denke über SNS kommt rein, mit dem Spiel, da denkst du so, ist das so einer? Ich bin später und dann sehe ich schon auch keiner. Ah, alles klar. Ich find's voll langweilig, weil das Ding kein gescheiter Herbst hat. Der App-Finder? Der App-Finder? Na, der heißt einfach App-Finder. Ey, hier, Kollegah, Mutrat. Kommt App? Ja, ne, du brauchst App-Finder. Damit kannst du nach Suchen, suche nach allem Mögliche. Das ist ne Krust, Mensch. Über Marketplace, oder? Ja, natürlich, über Marketplace, aber auch die Billische. Aber schon mal mal die Scheiße, ich hab für den Bauch. Was ist denn, der ist Krünke? Na ja. Piss die Schalter, Mann. Alter, weh da. Was? Polizier mich schnell, genau, Mann. Also, ohne den Bomberwald, mein Mann, äh, Sisse. Mach grad das. Den Hafen, klar. Au, die hässliche Flanken da raus. Ja, aber, äh... Wohin ist hier nicht hier, ne? Das ist kein Computer. Das ist der Zocker-Stack, so wie ich war nie. Also... Du wohnst, ich bin nicht mehr, aber... Ich bin nicht mehr, aber... Hahahaha! Kannst du doch einfach... Kannst du gar nicht vom Deinem? Haha! Das ist so... 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 Oh nee! Rot-Weiss! Ja, aber ich hab schon vorher geblüht, ich hab schon früher Pianen gespielt, das hab schon, ich hab hier, hier hab ich zum Beispiel über Gold Pianen, ich hab auch jubisch geblüht, dann hab ich schon wieder geblüht. Du hast ja Pianen selber? Ja, genau das selbe, wo du Happy Birthday nenntekommst, so scheiße. Oh Mann, ja. Und ich habe keinen hier hinterredet. Ja, weder Kascha. Kascha hat den Händen zu den Händen. Ich muss schon für das andere holen, ich muss sagen. Das ist die Verhandlung zu dem passt. Jawoll, der Mann hat einen Hache gekippt. Das ist super. Nee, gespürzt, aber das ist sicher. Nicht gespürzt. Ja, ich kann schon mal ganz normale Marken, ich zu empfehlen. Und da kostenlos ist es ganz hohe Wartig. Ähm, jetzt werden wir. Doch, mach mal was. Ja, ich hab hier bald hier eine Schnabelgabe. Äh, Schnabelgabe. Äh, Schnabelgabe. Bis klar. Ich hab schon gedacht, ich komm zu spät. Nee, du bist hier mal. Äh, wenn er in der Frühstück. Das späne Stimme, heute kommst du mal an. Der FPÖ ja schon halber 10, ne? Ja, weiter. Schau. Der geht Arsch auf, ne? Was ist das so? Gibt es da einen Latour sein? Äh, ja, muss gleich schon Latour sein. Äh, ja, muss gleich schon Latour sein. Ich bin da schon hier, oder? Was soll ich denn machen? Kannst du ein Gruschen oder so schicken? Ja, ein Gruschen oder so schicken? Guck mal jetzt, was wir jetzt halten sehen. Kannst du den dann machen? Ja. Das stimmt jetzt wieder eben. Ja, guck mal, ich hab zu ihr bevor. Ja. Oh, ja. Sind wir schon mal an Tag 14? Und dann abschaute noch ein flasso Ja, würde ich mit dem anderen? Wir haben den Grund und die Flubwanderung Die sind wie die Flubwanderung Die ist in der Flubwanderung Die müssen wir, wenn ich mit dem anderen Willkommen aus Zum Beispiel Es ist sehr gut Hahahaha Ich kenne die Flubwanderung Das ist ein bisschen Abstand Einmal Und Das ist eine Flubwanderung Ich weiß, was jetzt ist ganz klar. Ja, hier. Der Kollege sieht schon mal besser aus dem Boot. Wir kriegen ihn mal. Kein Ding. Du noch mal hängst du das mit weg. Yo, der Jäger! Als nächstes ist dein Bopanel, dein Bopanel angegriffen, der Idiot. Du hast mir wirklich schnell mit deinem Bopanel. Das ist eine volle Gabe. So wie Haribo. Ja, genau, mein Schatz. So, der alte Gregg Fox hier hat jetzt ein Schicker Pläne. Das war mir jetzt wichtiger. Nach 100 Jahren oder so. Ja, bei mir ist es gut. Liebensfeld. Das heißt, wenn er jetzt eine Urlaubgabe macht, kriegst du es trotzdem. Das ist ein Schicker Pläne. Das ist ein Schicker Pläne. Das ist ein Schicker Pläne. Ja, du gehst. Ach, Herrlich. Das ist ein Schicker Pläne. Das ist ein Schicker Pläne. Sehr gut. Aber es ist gelockt. Ach, Herrlich. Das ist ein Schicker Pläne. Ok, das ist ein Schicker Pläne. Das ist jetzt raus. Das ist ein Schicker Pläne. Ja, genau. Ole ... Ole ... Ole ... Ole Weiss ... So, der Grey Katana macht jetzt hier den Rest. So, Leute. Wir finden uns dann später wieder. Bis denn dann. Tschöö. Und wir sind aber dann direkt wieder auf dem Aufwand. Ole Weiss ... ... 2 Sekunden später ... Ja. Acht ... Geil, Alter, das sei es. Wenn du ein Facebook brauchst, dann ziehst du das automatisch. Macht er das jeden Tag? Macht er das jeden Tag? Ich schluss mich. Auch mit seiner Mutter. Was? Das ist das für eine Frage. Ja, ist gut. Vorsicht nach Pau. Natürlich hast du ein Facebook. Vielleicht haben wir das Facebook. Wollt ihr Facebook? Nein. Was? Oh, ja. Das seid ihr uns gemacht oder was? Ja. Gegen einen Film, was? Wir haben doch Facebook. Dann hast du dich gemischt. Nein. Ich hab schon nie Facebook gemacht. Ich hab den Flo Palmer bei dir drin. Ja, ich hab drei Floren Palmer in Deutschland. Ja, aber keinem mit dem Eishockey trinkt oder in Asuna. Ja, da müsst ihr mich verarschen. Oh, Bescheid. Ey, das ist nicht so, wie man zeigen kann. Ey, du. Na, ihr tut sich absolut raun. Da steht halt nur dabei. Weib zwischen 13. Aber ansonsten... Ich würde so viel Fasch jetzt... Ja, das ist nicht schwierig. Ja, klar. Scheiße. Mein Foto dreht man sich. Ja, genau. Mit dem Nachführer manchmal. Kennst du denn die 13-jährige Florian? Also, Arsch. Die kannst du mir auch gerne mal zeigen. Doch, aber... Du sagst es doch auch. Da ist doch... Ich kann schwöre mich jetzt, Florian. Wenn nicht. Du hast doch irgendwo und weht, wo du... Ja, hast eh, weht. Ja, das war. Wir können jetzt gleich mal gucken. Wir können jetzt gleich mal gucken. Wir können jetzt hier gleich gucken. Ah, okay. Dann war das gleich mal fertig. Stimmt. Boom! Kommt der Pitsch jetzt her. Jawoll! Ja, genau. Das war ja nur noch mal eins. Der Arschloch. Ah! Der hat deine Art an der Glocke. Überhaupt keine Spiegelheit. Ja, das ist falsch! Nein, das repariert mich ja auch. Das ist gut. So führe die Japaner heute. Haha! Auf dem Bito-Spiel. Haha! Auf dem Bito-Spiel. Playstage. Die Japaner. Playstage. Ja, die will er erst mal sehen. Aber ich komme gleich mal in den 4er-Mann. Wie sehr? Die Japaner? Ja, der ist der Südlohn. Oder was? Bitte? Ja, die haben hier so blau und rot. Also blau ist über jeden. Meistens. Frisch. Oh, herrlich, herrlich. Das ist ja so. Das ist ja so. Wie denn? Pfff. Ich hab das nicht geschafft. Na ja, komm. Ja, voll knapp. Du bist so ein drücker Parkgefühl. Ja. 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 Gibt's ja direkt mal was zum Folgerab oder einfacher? Oder einfacher für eine Ding-A-Tänik ist eine neue Ding-A-Tänik. Nur eine Ding-A-Tänik. Ich bin der Ding-A-Tänik. Ich kenne die Ding-A-Tänik. Und dann musst du auch passen die-A-Tänik. Hrrr! Ist denn was? Noch eine Ding-A-Tänik? Na halt, wir werden es doch nicht übersuchen. Ich habe mal die Ding-A-Tänik. Du blockier mal den Ding-A-Tänik. Wie ist denn da? Was ist denn da? Äh. Äh, ja, ich hab's vergessen. Merkmal rüber. Das ist ja nicht schon mal Kampf. Nee, nee. Das war jetzt ein bisschen mein Jäger-Hopflägen umgeschickt. Von allen vier Seiten zu können. Das ist ja nur ein Flugzeug. Das ist ja logisch. Das ist japanische Logik. Der kann ja nicht hochflägen. Der kann ja nicht hochflägen oder so. Auf dem Gameboy, das sind alles im Tiefzug, weil sonst war fast normaler Leben. Deshalb könntest du ihn dann hochflägen oder so. Ja, die haben alle hier Fahrnäck draußen fahren. Fahrnäck. Das soll wohl sein. Schmerz mich. Nee, jetzt hab ich doch noch Regen gesehen. Ich denke, es ist auch gut da. Weil ich meine Haare über den Zug aussehebe. Überall Baustelle, ne? Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist da, da gab's noch mehr. Ich hab fast gar nicht an. Boppaschen im Schnau. Ja, auch mal so was. Ja, heute auf der A81. Guck mal. M4C mit einem Platten und Eier für vier Meter Schnau. M4C mit einem Platten. M4C mit einem Platten. M4C mit einem Halbaut. M3C mit einem Platten und Eier für drei Meter Schnau. M4C mit einem Platten. M4C mit einem Platten und Eier für vier Meter. M4C mit einem Platten. Wie gut, wie gut sie bekommen. Und das hat sie gekriegt. Ich hab gesagt, ich soll genug in der Hand nehmen. L38C mit einem Partnern. Aus dem Platz in derisiaum-L38C mit einem Platten. Der Milch mit einem Platten.